Das ist Jule. Sie wird euch heute das hohe Antreten zur Hand zeigen. Das hohe Antreten zur Hand wird oft in platten, also liegenden Wänden und auch an stehenden und überhängenden Wänden benutzt. Ist ein Zielgriff besonders weit weg und ihr seid schon fast ausgestreckt, ist es schwer diesen Griff zu erreichen. Hier bietet sich das Treten zur Hand an. Jule setzt ihren Fuß zur weiter greifenden Hand. Anschließend schiebt sie ihren Körperschwerpunkt, also ihre Hüfte, über den Tritt. Dabei kann es sein, dass sie den anderen Fuß verliert. Sie stellt diesen einfach zum Stabilisieren in die Wand. Nun kann sie den weit entfernten Griff greifen und ihre Füße zum Weiterklettern neu positionieren. Jule zeigt euch noch einmal die ganze Boulderrute. Fassen wir die wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Ihr tretet zur Hand, die weiter greift. Schiebt eure Hüfte über den Tritt. Das andere Bein stabilisiert in der Wand oder auf einem Tritt. Viel Spaß beim Ausprobieren! Weitere Videos zu den verschiedenen Techniken findet ihr in unserer Lehrvideoreihe Bouldern.